So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go. Und zwar habe ich versucht, jedes einzelne Level-Up festzuhalten von 40 auf dem Weg zu 50 bei dem Habanero-Account, weil das ein Free-to-Play-Account ist, um auch mal zu gucken, wie lange das dann ungefähr so dauert. Viele Aufgaben sind ja dabei, wo ich eh nur einen Fortschritt pro Tag machen kann, gerade wenn es um Raids geht, was ja früher anders war bei dem Main-Account, wenn der Dodge dann gewinne 30 Raids, dann hast du das an einem Tag gemacht. Da waren ganz andere Möglichkeiten, da hast du reingebuttert, reingecashed, wie sonst was, das war nix. Wenn jetzt Aufgaben natürlich kommen mit gewinne 30 Raids, dauert das ja in der Regel dann 30 Tage, da ich ja kein Geld investiere, da ich ja Free-to-Play dann da eben spiele, also nur täglich meinen freien Pass habe und den versuchen muss zu nutzen, es zieht sich alles, man muss umplanen, man kann gar nicht mehr gefühlt auf 100er Legendäre setzen, generell auf Legendäre setzen, man muss für diverse Medaillen gezielt vielleicht sogar 1er oder 3er Raids raiden, was ich mit dem Main-Account nie gemacht hätte oder es machen konnte nebenbei, während ich meine Legendären gemacht habe muss auf jeden Fall umdenken. Jetzt bin ich zu dem Zeitpunkt hier gerade Level 46, muss Level 47 erreichen, habe Aufgaben, wie gewinne 30 Raids mit einem Team, in dem jedes Pokémon eine andere Art ist, da muss ich sagen, das ist jetzt nicht schwer oder schlimm, ich vergesse es halt nur immer, normal würde das 30 Tage dauern, 30 Raids, 30 Tage, das passt, aber ich gehe eigentlich mit einem Team rein, Kampfteam, habe dann 6x Maromai, fertig, aber da musst du natürlich 6 verschiedene Kampf-Pokémon nehmen am besten, außer du setzt die Typ-Effektivität aus, nimmst einfach 6 unterschiedliche, egal ob die jetzt gut oder schlecht sind, verwende Power-Ups bei 3 Pokémon bis zu dem maximalen WP, das werden wir dann machen, wenn wir direkt das Level-Up haben, aber der letzte Punkt, verdiene 20 Platin-Medaillen, daran habe ich gefühlt jetzt erstmal ein bisschen zu knabbern und das war damals nicht so, denn der Main-Account, der wurde im August 2016 entworfen, der hat gespielt bis, keine Ahnung, bis ins Jahr 23 natürlich rein, der hat, wenn er irgendwelche Level-Aufstiegs-Herausforderungen hatte, musste der nur schnell 3 Pokémon pushen und 30 Raids machen, das war alles kein Ding, die Platin-Medaillen waren gefühlt alle eh schon fertig, weil der so lange aktiv war, der hat über die Jahre so lange gespielt, alles gemacht, der hat jedes kleinste Detail, der hat alles drin gesteckt, das war kein Ding. Wenn ich jetzt aber gucke, und das betrifft ja auch neue Spieler, wenn neue Spieler anfangen und wollen was machen und die gerade auch nicht so viel Geld reinstecken, dann haben die hier so eine ähnliche Situation wie ich, der kein Geld reinsteckt und dem dann auffällt, dass viele Medaillen plötzlich, naja, gefühlt unerreichbar sind, wenn du kein Geld reinsteckst. Ich brauche 7 Platin-Medaillen zum jetzigen Zeitpunkt noch. Ich möchte jetzt mal kurz hier reingucken, was wir eigentlich haben, was wir wahrscheinlich niemals erreichen werden auf diesem Account und was meine Ziele wären jetzt in nächster Zeit irgendwie gezielt anzugehen, damit ich überhaupt dieses Level-Up dann mal schaffe auf die 47. So, das hier sind Top-Sammler, 20 Sammler-Herausforderungen haben wir schon abgeschlossen. Ach, ist das schön. Ich weiß gar nicht, wie viel der Main damals hatte, das wäre bestimmt schon um die 100 gewesen. Wir haben hier Held, besiege 2000 Mitglieder von Team Go Rocket. Ja, ist schon Platin. Braucht uns nicht kümmern, ist kostenlos natürlich, ihr müsst nichts bezahlen, um Rockets zu besiegen. Ihr könnt einfach raus, wenn ihr seht, da ist ein Rocket Stop, hin, den machen, fertig, eine Tour machen oder euch mal einen Tag nehmen, wo ihr sagt, heute nehme ich das Auto und fahre einfach von schwarzem Stop zu schwarzem Stop. Und ja, das kann Spaß machen. Es ist ein bisschen zeitaufwendig, es ist ein bisschen kompliziert, wenn ihr euch ein bisschen reingefuchst habt, welche Teams geht es ja trotzdem. Es speichert ja eigentlich auch eure Teams ab, dass immer genau das Team nimmt, was ihr gegen den Wasserrüpel hattet oder gegen den Feuerrüpel, gegen den Giftrüpel, sodass ihr da besser klarkommt. Und gerade Rocket-Übernahmen bieten sie hier natürlich an, da weit voranzukommen. Picknicker, verwende ein Log-Modul, um einem Trainer beim Empfangen von 2500 Pokémon zu helfen. Das natürlich, wenn ihr in einer Großstadt seid, wo gerade auch ein Seeday vielleicht stattfindet und ihr in einem Park seid mit vielen Spielern, das ist optimal, so eine Medaille fertig zu machen und einfach ein Log-Modul zu setzen und jeder, der dann da vorbeiläuft und da was fängt, ist also was, was man gut zu einem Go-Face auch machen kann, wenn man die Möglichkeit überhaupt hat, ein Log-Modul zu setzen. Wer spooft, der schmeißt sein Ding in Zaragoza rein und hat es direkt voll nach 5 Minuten. Wer mit seiner Community oft unterwegs ist, da könnt ihr euch ja gegenseitig helfen. An Community Days oder so ist es immer eine schöne Sache, wenn viele Leute sowieso an einem Ort sind, der Jendik veranstaltet immer irgendwelche Sachen und Treffs, wo sie sagen, spielt den Community Day alle hier in den Parsinger-Arkaden in München. Und ja, es gibt auf jeden Fall immer Möglichkeiten, da was ranzusetzen. Das kann auch ein bisschen dauern, aber man kann auch ein bisschen Glück haben, wenn man gerade mal bei irgendeinem Fest oder bei irgendeiner Geschichte vor Ort da was machen kann. Jogger müssten insgesamt 10.000 Kilometer laufen. Wir sind jetzt bei 1.165. Gefühlt würde das dauern, weil wenn du von 2016 bis 2023 spielst, hast du die bestimmt voll. Wenn du 2023 anfängst und siehst das, denkst du dir, oh mein Gott, das dauert ja ewig und ist vielleicht auch so. Klar kann man sich da jetzt auch helfen. Es gibt ja David, ich habe David aber noch nicht benutzt, noch nie. Ich kenne mich damit nicht aus. Es gibt Eierschaukeln, es gibt Strümpfe, wo ihr das Handy reintut und rumschleudert, um Eier zu brüten. Jeder hat da andere Tricks, also da kann man das alles ein bisschen boosten, aber das wäre, glaube ich, eine Medaille, die würde ich nicht versuchen, gezielt irgendwie hochzutreiben. Ich würde dann vielleicht denken, naja, wenn es halt kommt, dann kommt es und dann passt das. Mein Spielverhalten hat sich sowieso alles komplett ein bisschen geändert. Meistens mache ich jetzt hier mein Gottscha an, wenn wir zum Einkaufen fahren, durch die Stadt, meistens sowieso fast Schritttempo bei dem Verkehr. Dann nimmt das immer mal ein paar Pokémon mit, redet ein paar Stops. Dann brütet das vielleicht auch mal ein Ei, da zählt das ein paar Kilometer dazu. Wenn man abends da sitzt, driftet das manchmal hin und her. Wenn man einen Film guckt und nebenbei in seinem Beutel rumwühlt, es tut sich da also nicht viel bei den Kilometern. Das dauert also auch wieder. Kanto, 151 Pokémon. Da fehlt gerade zu dem Zeitpunkt noch Mew und Mewtwo. Mew habe ich jetzt gerade in der Spezialforschung drin, was ich abholen kann. Dann würde nur noch Mewtwo fehlen. Mewtwo, hmm, könnte man jetzt warten, bis das mal wieder in Rates kommt. Oder bei Giovanni oder bei, keine Ahnung, oder man tauscht es sich einfach rüber. Aber wenn man es sich wirklich dann rüber tauschen will, würde ich jetzt extra erst warten, bis ich überhaupt mal einen Best Friend habe. Damit das dann eben 40.000 Staub kostet, statt jetzt bei Stufe 3 80.000. Also die Kando-Medaille Platin zu platinieren, ist jetzt dann nicht so schlimm. Die drei Monate jetzt, in letzter Zeit waren ja auch wieder die Kando-Vögel drin. Zwar in ihren Krypto-Varianten, aber da reicht es ja, wenn ihr jedes Mal einen fangt. Alles andere sind ja normale Pokémon, die ihr auch mit Freunden tauschen könnt. Und ich habe früher gefühlt sowas nie gemacht. Ich bin rum und habe alles selber gefangen und habe mein Pokédex selber vervollständigt. Anders als in den Hauptspielen, wie ihr immer sagt, hey, hat jemand das und das und das und das, das fehlt mir. Und ich habe immer gesagt, willst du tauschen? Da habe ich gesagt, nee, ich habe keine Online-Mitgliedschaft hier für die Hauptspiele und für das ganze Zeugs, bei der Switch oder so. Was ich fange, fange ich. Was ich nicht fange, fange ich nicht. Die Hauptspiele waren mir an sich nie so wichtig. Ich habe immer alles nur in Pokémon Go, meine Zeit, meine Kraft und meine Lust investiert. Jetzt beim Habanero ist das aber anders. Ich sitze jeden Tag da und nutze meinen Spezialtausch, um einen fehlenden Pokédex-Eintrag mir zu ertauschen von einem kleinen Account oder von jemandem aus der Community. Da haben mir auch schon ein paar Leute geholfen. Wenn du mal so in die Runde fragst, hat jemand ein Visor? Das ist jetzt schon 100 Jahre nicht gespawnt, ich finde keins. Jo, ich tausche dir ein Visor rüber, bitteschön. Ist das da? Ja, das sind meistens auch sowieso nur unnütze Sachen, die du eh nicht brauchst, wo du drauf verzichten kannst. Also die würden noch Platinas passt. Fange 50.000 Pokémon-Sammler. Wir sind bei 46.000, 50.000. Ja, das kommt von alleine. Da mache ich jetzt gar keine Platte. Viel spielen, dann kommt viel bei rum und dann passt das auch. Ist auch was. Brauchst du keine Kohle für. Die Seedays spielen da immer gut eine Rolle mit. Und ansonsten tut sich halt momentan nicht so viel. Entwickelt 2000 Pokémon. Das finde ich ein bisschen nervig. Aber ich sehe ja, dass man theoretisch gut vorankommt. Wenn ich jetzt wirklich jeden Tag einmal einkaufen fahre, hin und zurück, habe ich dann auf dem Rückweg vielleicht 100 Pokémon gefangen. mit dem Gottscha kann dann abends da sitzen, wenn ich eh aus Platzgründen meinen Beutel wieder aufräumen muss, damit ich ihn jeden, den nächsten Tag beim Einkaufen wieder fangen kann, kann ich ja die Zeit nutzen, beim Film gucken nebenbei oder so irgendwas zu entwickeln. Gibst du einfach Entwickeln ein in deiner Suchleiste, zeigt das dir eh alles an, was entwickelbar ist. Sitzt du also da und entwickelt, 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 entwickelt. Dauert ein bisschen, geht aber nebenbei, macht eigentlich trotzdem irgendwie Spaß. Ich weiß nicht, das erinnert an, früher auch, früher 2016 hat man ja immer Entwicklungssessions gemacht. Früher hast du da gesessen, Glücksei an, Wecker gestellt, bist im Beutel gewesen, hast die ganzen Taubsi und Radfratz durchgemacht, die ganzen Raupis und Honnius, alles was 12 gebraucht hat oder 25. Dann wenn der Wecker, biep, 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 bist du schnell raus, hast gesehen, der Glücksei ist um, nimmst die EP mit, jetzt machst du erst mal was anderes. Später nimmst du dir wieder eine halbe Stunde Glücksei an, entwickeln, 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 Thanksgiving-Event, zweifach Punkte mit Glücksei, vierfach Punkte, du hast es immer entwickelt. Das heißt, als die Medaille später dann mal kam, warst du eh schon fertig, weil das hat alles schon gepasst. Die versuche ich jetzt täglich beim, ich habe es sonst immer nur ausgemistet, jetzt muss ich halt täglich vorher entwickeln, bevor ich was ausmiste. Backpacker, besuche 50.000 Pogestops. Einfach viel spielen, kommen die natürlich auch von alleine. Urlauber, drehe 2.000 verschiedene Pokestops. Wir sind schon bei 1.1 von 2.000. Da mal gucken, Pupsi will ja demnächst nach Erfurt auf dem Weihnachtsmarkt, Pupsi will nach Dresden irgendwann nochmal, Pupsi will nach Rostock, Pupsi will nach... Da kannst du sowieso Gottschall laufen lassen, egal was du machst in der Stadt, tust du, als wirst du dir die Stadt angucken, nebenbei dreh das deine Stoppsters. Würde auch schon funktionieren. Joto ist dasselbe wie mit Kando, genau. Guckst du einfach, was fehlt, tausch dir das ein bisschen rüber, das kannst du auch vollmachen. Bärenmeister. Verteile 15.000 Bären in Arenen. Finde ich auch total nervig. Früher hat man das gemacht, sobald man irgendwo sich reingesetzt hat, hat man nach dem Setzen schnell 10 Bären drauf gefüttert. Dann abends, wenn man da gesessen hat und hat gesehen, ich habe 6 Pokémon in den Arenen, ich ballere da überall nochmal drauf. Da haben sich auch andere dazu gesetzt, da ballere ich auch drauf. Gefühlt alle halbe Stunde, bis du rein hast, wieder die Bären verteilt. Ist was, was ich mittlerweile total nervig finde. Aus Platzgründen auch, bin ich der, wenn ich sehe, ich kann nichts mehr drehen. Der Beutel ist voll, ich schmeiße erstmal alle Bären weg. Und abends sitzt du dann da, hast keine Bären. Kannst du also nicht mal in Ruhe deine Pokémon füttern in den Arenen. Aber das ist was, was man auch gezielt angehen kann und was wenigstens nichts kostet. Arena Leider. Verteidige Arenen für 15.000 Stunden. Fehlen noch 5.000. Sonst habe ich immer geguckt, dass ich mich hier in der Heimarena setze. Nächsten nach rausfliege und mich wieder setze für meine 50 Münzen. Die sind wichtig bei dem Free2Play Account. Jetzt mittlerweile hält man doch mal eher an. Gerade wenn man zum Community Raid unterwegs ist. Und man ist ein bisschen abgelegen und sieht, da hinten ist noch eine Arena. Und da ist noch eine, da fahre ich gezielt nochmal hin. Mach die gelb, setz mich rein, geh heim. Nächsten nach einkaufen. Hier ist ein Raid, da gehen noch 10 Minuten. Wir warten die 10 Minuten jetzt noch. Machen dann die Arena auch noch mit. Oder du kommst irgendwo an, machst kurz die Arena, und gehst dann erst ins Gebäude rein, wenn du Termine hast. Weil du gezielt versuchst, jetzt immer deine 20 Pokémon zu setzen, dass die alle sitzen, dass du die Heimarena nicht mehr machen musst, dass in der Stadt irgendwann wieder was rausfliegt. Aber dass jedes Mal wieder dieser Counter hochgeht, ist also auch was, was man gut machen kann. Höhen, ja, tauschen mit der Zeit. Pokémon Ranger, 2500 Feldforschungsaufgaben, macht man auch nebenbei, kostet auch nichts. Zum C-Day bietet sich das auch immer an. Gentleman tausche 2500 Pokémon. Das ist halt wieder ein bisschen nervig, weil normal tauscht man Pokémon, weil man bestimmte Pokémon tauschen will, wenn man noch Bonbons braucht für irgendwas. Oder wie bei Main wollte ich einmal den Lucky Decks voll haben. Hat es auch geschafft, jedes einzelne Pokémon als Lucky zu haben. Immer wenn ein neues Pokémon im Spiel war, habe ich mir gleich ein paar Leute rausgesucht und gesagt, hier, fangt ihr, ich fang auch. Wollen wir dann tauschen? Zack, und dann, oh, Lucky, cool, im zweiten Trade passt. Jetzt muss ich tauschen für die Medaille. Du kannst ja nur 100 Trades pro Tag machen. Hier fehlen noch 1000, das heißt, das wären 10 Tage lang 100 Trades. Aber da der Beutel immer zu voll ist, hast du gar nicht 100, die du weggeben kannst, um 100 zu kriegen. C-Day bietet sich bei sowas auch an. Da ist man eh draußen, spielt ein bisschen was, hat dann einiges und dann kann man das C-Day-Pokémon noch wegtauschen und kriegen. Und ja, dann bräuchtest du aber auch, naja, 10 C-Days, also 10 Monate. Das wäre auch ein Jahr, wenn du es nur so machst. Ansonsten ist es eigentlich sinnlos Staub ausgeben für das Wegtauschen, um die Medaille zu pushen, den du eigentlich anders nehmen könntest. Tausche Pokémon über insgesamt 10 Millionen Kilometer Distanz, Pilot. Da finde ich es gut, dass man Freunde aus Auckland hat, die sagen, wenn du mit mir tauscht, dann kriegst du gleich 15.000 Kilometer dazu pro Tausch, beziehungsweise 18.000 oder 19.000. Dauert aber. Und das sind Dimensionen, sage ich euch. 10 Millionen Tauschkilometer. Wie willst du das auf ganz normalen Wege, wenn du spielst und dein Kollege in deiner Stadt spielt auch und ihr tauscht jeden Tag Pokémon, ihr werdet die Medailles nie vervollständigen können. Das wird nichts. Das wird gar nichts. Und selbst wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt zum Go-Fest, da rennt ein Japaner rum. Ich frage den, hey Bro, willst du traden mit mir? Dann könnt ihr ja trotzdem an dem Tag nur 100 Trades machen sozusagen und wollt ihr wirklich die Zeit sinnlos nutzen, an einem Go-Fest 100 Trades zu machen. Da sind bestimmt Leute von aller Welt, die Pokémon haben von aller Welt, die mit denen ihr tauscht, um das zu steigern, aber wo ihr nichts mehr vom Fest habt, wenn ihr die ganze Zeit da sitzt und stundenlang nur tauscht, damit die Medaille hochgeht. Das finde ich halt mega übertrieben. Eine Million hätte meiner Meinung nach gereicht. Eine Million Tauschkilometer. Das ist doch schon krass, aber 10 Millionen. Das ist irgendwie unmenschlich. Veteran der Meisterliga. Die Kämpfe-Dinger waren auch alle Platin. Auf dem Main habe ich ja auch natürlich viel GBL gezockt. Also habe eigentlich regelmäßig einmal pro Woche ein Ramses-Minus-Video rausgehauen, wo ich die Ligen gezockt habe. Hier habe ich so gut wie gar nicht gezockt, aber immer wieder kommen ja in den Streams die Leute sagen, können wir kurz Interaktionen machen. Da drücke ich immer auf Meisterliga, kämpfe kurz mit euch für eine Interaktion. Deswegen ist Meisterliga das meiste hier. 336 Kämpfe. Wenn ich mit mir selbst interagiere, gehe ich jetzt auch manchmal in die Ligen rein und mache das darüber oder über das Tauschen. Man muss ja beides pushen. Also Meisterliga, das kommt auch nach einer Zeit, kannst du selber natürlich machen mit einem zweiten Account oder so oder mit einem Kumpel. Aber es macht halt auch absolut keinen Spaß. Es ist sinnloses, stumpfes Durchdrücken, Hochdrücken. Das hat ja nichts mit Skills zu tun dann. Ich mag eigentlich Sachen, die irgendwie an Skills behaftet sind, wie lande 3000 fabelhafte Würfe. Und je besser du wirfst, desto schneller kommst du da ans Ziel. Und es liegt vielleicht an dir, wie gut du das machst. Aber das ist halt einfach nur, ich kann das künstlich pushen. Fertig, das war's. Einahl hast du wieder in der Region. Winzige Pokémon sammeln. Als die eingeführt wurden, waren die automatisch auf Platin beim Main-Account. Jetzt, wie immer, es kommt mit der Zeit. Kleine Pokémon und große Pokémon. Große habe ich hier mehr als kleine. Okay. Züchter brüde 500 Eier aus. Aber das ist ja noch nicht mal Platin. Denn jetzt ist es, wir müssen hier hinten draufdrücken, 2500 Eier ausbrüden. Wir sind bei 281. Free2Play hast du nur die unendliche Brutmaschine. Und ich brüde am Tag, wenn ich Glück habe, ein Ei aus. Also wenn ich mal ein Zweier habe, brüde ich das aus an dem Tag, durchs Einkaufen. Wenn du ein Zehner hast, kann das natürlich sein, du schaffst das nicht an dem Tag. Wenn wir durchschnittlich sehen, durchschnittlich brüde ich ein Ei an einem Tag aus, sind das 2500 Tage, bis diese Medaille ein Platin wäre. Und da denkst du dir, da gibt es das Spiel bestimmt gar nicht mehr, wenn das dann so weit ist. Also was ist das für ein Schmarrn, sage ich mir. Wenn du natürlich Geld reinsteckst, einfach sagst, gut, ich habe mir jetzt Brutmaschinen gekauft, ich brüte immer gleich zwölf Eier mit einmal und mit einmal und mit einmal und mit einmal. Dann kommst du da recht schnell hoch und kommst da weit. Aber da musst du Geld ausgeben, damit du diese Medaille dann kriegst. Ansonsten wird die wohl für viele einfach unerreichbar sein in ihrer Lebenszeit. Weil wenn die auch nicht jeden Tag spielen und nicht jeden Tag ein Ei ausbrüden und du dann für 10.000 Tage brauchst, das ist halt wirklich nichts. Kämpferinnen, gewinne 1.000 Kämpfe. Wir müssen aber hier drücken. Gewinne 4.000 Kämpfe. Ja. Ich hatte eine Zeit lang, da habe ich geguckt, also auf dem Main-Account war es so, es gab kein Gelb, es gab immer nur Blau und Rot. Du musstest dir immer Platz machen. Die war voll automatisch, weil du musstest dir immer Platz machen. Jetzt hier mittlerweile und bei dem, es ist viel Gelb in der Umgebung. Wenn du in der Nähe bist, setzt du dich da noch schnell rein. Um deine Medaille voll zu pushen mit dem Sitzen, aber du musst nicht viel kämpfen. Das muss ich ändern. Ich muss mal lernen, dass ich gezielt rote und blaue Arenen angreife, um die Leute zu ärgern und gegen einen aufzubringen. Einfach um die Kampfmedaille zu pushen. Pikachu-Fan. Da müssen wir dir hier drücken. 1.000 Pikachus. Damals gab es gefühlt jede Woche ein Pikachu-Event, ein anderes Pikachu. Jetzt musst du halt abwarten, bis dann mal wieder Pikachu irgendwie eine Rolle spielt bei irgendwas. Dann kannst du die natürlich auch ein bisschen pushen. Ist aber auch wieder kostenlos. Sino-Region voll machen, passt. Erlöser. Finde ich auch richtig dumm, diese Medaille. Also das kostet dich nichts, aber das ist so verschwenderisch, weil du sammelst Staub, den willst du nutzen, aber dann musst du für diese Medaille den Staub sinnlos ausgeben. Du gibst vielleicht manche Sachen erlöst du, weil du sagst, das hat dann richtig gute IV, das wird ein 100er, das hat dann mega Entwicklung, das sind so Einzelfälle, die du erlöst. Ansonsten erlöst du eigentlich nicht, weil Kryptos ja besser sind, aber für die Medaille musst du gefühlt alles, was du fängst, jeden Rübel, den du besiegst, musst du das Pokémon danach erlösen. Ich hatte damals auf dem Main gedacht, okay, wenn ich was erlöse, ist dann immer nur Pokémon mit 1000 Staub. Es gibt die, die kosten 1000, die kosten 3000 oder die, die kosten 5000. Ich habe versucht, nie einen 5000er zu erlösen. Ich musste von den 1000ern auf die 3000er dann auch ausweichen, damit ich da überhaupt irgendwann mal vorangekommen bin. Aber eigentlich rechnet ihr das aus, 1000 mal 3000 und das an Staub, habt ihr so viel auf der Hand? Nicht? Wie wollt ihr das dann erlösen? Also, ihr spielt den ganzen Tag, macht 4000 Staub, freut euch, gebt 5000 dann aber fürs Erlösen aus, für ein einzelnes Pokémon, um da ein Ding weiterzukommen und denkt ihr euch, oh toll, das ist ja nix. Also die ist auch doof, ne? Die Kalos-Region, okay. Die Alola-Region, okay. Triathlet, yo. 100 Mal die Pokémon-Fang- und Tri-Stops-Serie von 7 Tagen erreichen. Ist nicht schwer, kostet kein Geld, dauert halt ein bisschen. Das heißt eigentlich, heißt das, du musst 100 Wochen am Stück spielen. Wir sind jetzt bei 22 Wochen. Trainerhoffnung, die finde ich auch, naja, da hatte ich schon Probleme bei Main, weil ich ja gezielt mit dem Haupt-Account eigentlich nur legendäre Raids gemacht habe und das war mir wichtig, legendäre zu machen, alles andere brauchte ich eigentlich nicht. Aber du musst 150 verschiedene Pokémon-Arten besiegen in Raids. Ich habe damals schon nicht durchgeblickt, da war ein Raid-Boss im Dreier. Ich habe gedacht, ah, komm, den machst du mal für die Medaille. Danach habe ich gesehen, der hat gar nicht dazu gezählt, weil ich gefühlt irgendwo in der Vergangenheit den schon mal hatte oder ich hatte den mal doppelt und habe das gar nicht gemerkt. Am besten, da macht ihr euch eine Liste und schreibt euch dann halt auch auf, wann, um welche Uhrzeit, an welchem Tag, zu welchen, ihr wen besiegt habt, damit ihr vielleicht wisst, dass ihr 150 verschiedene habt. Klar könnte man die natürlich auch nur mit Legitären machen, wenn einmal die Woche ein neues Legendäres kommt, habt ihr einmal die Woche einen neuen Counter da drauf, aber ich glaube nicht, dass es 150 verschiedene Legendäre gibt. Die Megas zählen damit rein, aber es zählen natürlich auch die Einer und Dreier. Momentan ist gerade Terrakium drin, wo ich das Video hier aufnehme. Ich wollte bei Terrakium eigentlich alle Pässe, die ich habe, nutzen. Wenn dann was ist, was wieder nicht cool ist, werde ich nur den Pokédex-Eintrag mir holen und die anderen Tage dann wirklich mal anfangen, Einer und Dreier-Raits zu machen, wo man wieder beim Problem sind, wenn du das natürlich machst, in der Raid-Gruppe reinschreibst. Ich mache jetzt einen Radfrats-Rait, da wird sicherlich keiner mitmachen und sich eintragen. Ja, den schaffe ich alleine, aber mir hat es ja trotzdem Spaß gemacht, dass wenn ich wenigstens einen Fünfer pro Tag gemacht habe, dass einmal pro Tag ein paar Leute gekommen sind, haben sich einladen lassen oder sind mit fortgekommen und wir haben dann zusammen einfach den Raid gemacht. Was ihr bei Trainer-Hoffnung mit Einer- und Dreier-Raits wahrscheinlich nicht haben werdet. Ihr löst tausendmal die Mega-Entwicklung aus, also wenn ein Raid-Boss da ist in der Mega-Entwicklung und ihr ballert alle eure Raid-Pässe nur in den Mega-Raid rein, habt ihr viel Mega-Energie und könnt wirklich jeden Tag einmal Mega entwickeln. Wenn ihr das bei allen verschiedenen 46 oder 48 Mega-Entwicklungen macht, da werdet ihr die auch schnell vollkriegen, ist aber, das vergisst ihr dann mal oder dann musst du wieder warten und dann musst du wieder laufen und dann musst du wieder hier. Kannst du aber trotzdem irgendwie kostenlos machen, dauert dann aber auch irgendwie, aber irgendwie kriegst du das auch schon hin, so. Freunde Finder empfiehlt 20 Trainer, insgesamt braucht man 50. Damals bei Main habe ich da gepostet, meinen Empfehlungscode und dann hatte ich einfach am selben Tag, war die voll, weil die Leute sich hingesetzt haben, Jinaya, Hannes, ein paar andere Leute, haben sich da 20, 30 neue Accounts gemacht, nur für die Medaille. Andere haben einen alten Account gehabt und gefunden und haben gesagt, hier, dafür, das gleiche habe ich versucht jetzt bei Papanero zu machen. 17 von 50 habe ich jetzt. Ich muss, eigentlich müsste ich nochmal posten, dass da noch ein bisschen was kommt, ansonsten muss ich mich selber hinstellen, mir noch 30 neue Accounts machen und jedes Mal den Empfehlungscode eingeben. Das macht einfach auch keinen Spaß. Und viele verstehen das Feature sowieso nicht, dass du nicht jemandem Aktives dazu bringen kannst, dass der dich mit seinem Account addet, weil der ist aktiv, der hat das nicht. So, lande hier 500 Mal auf der Raidkampfanzeige für Trainererfolge. Würde bei mir auch 500 Tage dauern, da ich ja pro Tag nur ein Raid machen kann. Also 500 Tage, da weißt du, wie lange du da brauchst. Showcase da braucht man 100, ich bin bei 35. In letzter Zeit gibt es viele Showcases. Das finde ich sehr gut. Das dauert ein bisschen, aber ihr könnt ja pro Showcase-Dings sowieso drei Schritte vorausgehen. Immer wenn ihr auf Platz 1 seid, das passt. Angler, große Kabador, kommt mit der Zeit, kostet auch nix. Winzige Radfratz-1000, kommt mit der Zeit, kostet auch nix. Aber es gibt gefühlt ja keine Radfratz mehr. Das war damals irgendwie besser. Jetzt kommen richtig zwei Medaillen, wo ich mir auch wieder denke, das ist nix. Das ist wieder Free-to-Play, kannst du da... Das bringt nix. Gewinne 2000 Raids. Ich bin bei 56 von 2000. Wenn ich jeden Tag einen Raid machen kann, brauche ich hier auch 2000 Tage. Um die voll zu machen. Wenn ich aber einen Legendären mache, zählt das nicht bei Champ, dann zählt das bei den Legendären. Das heißt, ich muss also 2000 Tage lang raiden, aber in den 2000 Tagen keine Legendären machen. Jeder Legendäre, den ich mache, tut das einen Tag wieder nach hinten verschieben. Schaffst du das in diesem Leben. Du hast ja dann auch noch die Kampflegende-Medaille. 2000 Legendäre, ich bin bei 47. Das heißt, ich brauche auch 2000 Tage, um die voll zu machen. Das sind mit der anderen zusammen schon 4000 Tage. 4000 Tage, rechnet es mal um. Der Main-Account hatte wahrscheinlich 15.000 oder irgendwas auf dieser Medaille drauf. 2000 hat man gebraucht. 15.000 hatte der Main-Account. Der hat immer, sobald er keine Pässe und keine Coins mehr hatte, da wurde aufgeladen, da wurde wieder gekauft, da wurde weitergemacht. Man hat gefühlt fast jedes Legendären 100% auf Level 50 gehabt. Das war wirklich Zucht. Und jetzt sind wir Free-to-Play und merken, dass da einfach, naja, dass das ohne Geld geht, das halt gefühlt gar nicht. Also es geht, aber es dauert halt 2000 Tage einfach. Hier, Veteran der Superliga. Kannst du ja, wie gesagt, mit dem zweiten Handy pushen, aber dauert auch. 1000, wir sind bei 42, Veteran der Hyperliga, 48 von 1000, das dauert. Kameramann, Schnappschüsse. Ich habe bei Main die Schnappschüsse voll gehabt irgendwann. Deswegen bei jedem weiteren C-Day habe ich absolut keine Schnappschüsse mehr gemacht. Habe die immer vergessen anfangs, dann habe ich bewusst die nicht mehr gemacht, weil ich es nicht mehr gebraucht habe. Jetzt wäre wichtig, gerade wenn es C-Day ist, mach deine 5 Schnappschüsse. Also brauchst du 400, einmal im Monat 5 dazu, das passt schon, oder? Also man kann die natürlich jeden Tag machen, bis man dann das hat, mal. Aber ja, die Zeit und Geduld danach extra zu suchen, bis das Farbigel da rauskommt, habe ich irgendwie nicht. Giovanni bis Siegen, 50 Mal. Wäre der jeden Monat neu, wären es auch 50 Monate, ist er nicht. Manchmal kommt er und hat 3 Monate lang das gleiche Pokémon, oder 6 Monate. Da war ich bei irgendwas um die 20 vielleicht. Also ich habe jeden mitgenommen, jetzt haben wir neu angefangen. Ihr seht, einen einzigen Giovanni habe ich bisher besiegt beim Habanero, zum jetzigen Zeitpunkt. Und da war Regigigas drin. Das weiß ich nicht, wenn es da nicht mal was anderes gibt. Beste Kumpel, 1 von 200. Ich habe bisher nur ein Ignivore angelegt, das zu besten Kumpel gemacht, das auch gelassen, das auch nie gewechselt. Und müsste man eigentlich auch wechseln, da was machen, aber... Ich muss halt erstmal mit Ignivore fertig werden. Ich wollte es so lange, bis die XL bei dem voll sind, aber das dauert. Ich habe den extra 40 gepusht, wollte den als XL, weil Ignivore war das letzte Pokémon auf dem Main-Account, was ich genommen habe, womit ich gelaufen bin, was ich entwickelt hatte. Da war es ein 96er mit 15 Angriff, was ich dann als Feuer-Buddy und Pokémon nehmen wollte und das cool fand. Deswegen habe ich es hier auch. Ich habe hier aber leider nicht so ein gutes. Und eigentlich wäre es Quatsch, wenn ich dann ein schlechtes entwickle und ein 50 push, aber... Ich weiß nicht. So richtig überlegt habe ich mir das eigentlich nicht, was ich da mache. Egal. Gewinne 2000 Raids mit einem Freund. Joa. Dauert auch wieder 2000 Tage. Kann aber natürlich mit der Champ oder mit der Kampflegende-Medaille gleichzeitig steigen. Das passt schon. Da sind nicht 2000 zusätzlich. Joa. 46 Mega-Entwicklungen durchführen. Man muss hier nur jeden Mega-Raid, der kommt, einmal machen. Dann hat man meistens ja die Energie zusammen. Paldea-Region. Geht von alleine. Ast-Trainer. Daddies nervig, ey. Bei Ast-Trainer war es früher so, ich habe ja gesagt, dass alles immer... äh... äh... blau und... dass alles immer blau und, äh... rot war. Und ich da also immer nur die Niedermachen musste und mich reinsetzen musste. Es war nie so, dass ich früher eine gelbe Arena hatte, an der ich trainieren musste, um einen Platz freizuschalten und mich selber reinsetzen zu können. Jetzt gibt es ja dieses Feature nicht mehr. Jetzt gibt es ja die Teamleiter, die ihr habt bei Kampf, gegen die ihr selber kämpfen könnt. Und ich habe hier gerade achtmal... Achtmal habe ich gegen einen Teamleiter gekämpft. Wahrscheinlich für die sehr effektiven Ladattacken, um das mal zu zeigen, wie man das schnell hochpushen kann mit einem Pokémon. Aber... Ja... Ist auch nervig. Ist was, was man aber nebenbei machen kann, beim Fernsehen gucken oder irgendwas oder beim Schlafen. Ich habe keine Ahnung. Icognito. Eins Hammer für Pokédex-Eintrag. 28 gibt's. Auf dem Main hat mir immer das Fragezeichen gefehlt. Ist hier natürlich auch so. Alle anderen könnte man tauschen. Werde bester Freund mit einem Trainer. Habe ich null? Brauche ich 20? Das kommt von alleine. Wir haben jetzt beim letzten C-Day, waren es bestimmt 50 Leute, die aufgestiegen sind zu Stufe 3. Wenn die 50 alle mit einmal dann Stufe 4 werden, ist das Ding automatisch voll. Da finde ich die Relation zum Beispiel wieder... Das ist eigentlich zu wenig. Also 20 beste Freunde. Man kann 400 Freunde haben, man kriegt überall Freunde her. Hätten sie gesagt, 100 beste Freunde, wäre das auch nicht schlimm oder nicht brutal. Ich finde 10 Millionen Tauschkilometer klingt fast unmöglich, aber 20 beste Freunde klingt hingegen so wie ein Lachs. Also das ist halt nix. Die Gala-Region, okay, dann sind wir hier durch und haben noch Typenmedaillen, glaube ich, übrig. War das Gala? Genau. Ja. Normal ist voll. Flug ist voll. Gift ist voll. Käfer ist voll. Feuer ist voll. Wasser ist voll. Pflanze ist voll. Elektro ist voll. Psycho ist voll. Fee ist voll. Kampf. Bei Kampf fehlt noch was? Vielleicht kommt ja wieder dieses Kampf-Event. Da kann man da ein paar mitnehmen. Wir brauchen nämlich 2500 von jedem. Also Kampf können wir noch voll machen. Boden können wir noch voll machen. Gestein können wir noch voll machen. Geist. Das sieht gut aus. Sei zwar Halloween. Also ein Jahr warten bis wieder Halloween ist. Dann können wir noch Geist voll machen. Stahl. Ist ja vielleicht, wenn dann jetzt hier Weihnachtsevent, Winter, Season und alles. Da sind bestimmt... Stahl ist, äh, Schneegebuße. Da kommt bestimmt einiges an, was man da machen kann. Skifahrer-Typ Eis. Dasselbe also auch. Zur Winter Season jetzt wird's bestimmt viele Eis-Pokémon geben. Drache. Drache war die Medaille, die mir bei den Typen als allerletztes gefehlt hat beim Main-Account. Mittlerweile gab's viel mehr Drachen, Drachen-Pokémon. Dratini-Sea-Days, Milza-Sea-Days, Kaumala-Sea-Days, alles. Die der Habanero verpasst hat, aber die der Main alle mitnehmen konnte. Und Halbstarke und Licht. Ja, das geht auch, aber ja. Also diese Typ-Medaillen, die können natürlich sehr helfen. Das sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn die Typ-Medaillen voll sind, hätte ich ja schon das Level ab. Und müsste dann nur hier oben gucken, dass man hier oben ein bisschen was macht. Aber das mit den Eierbrüden, das mit den Raids, Champ, den legendären Raids, die... Mit einem Freund raiden, 2,000 Mal. Ich... Das ist am schwierigsten... Das ist zeitlich einfach gefühlt unmöglich. Die anderen sind mega nervig da mit der GBL und mit dem Trainieren, dass du dort da sitzt und die ganze Zeit damit dir selber rummachst. Also... Ja... Da gibt's ein paar, die noch von alleine gehen. Und das sind die Besten. Jetzt drehe ich hier nämlich nochmal den Stop. Jetzt suche ich mir gleich einen Raid. Und dann habe ich jetzt richtig Bock, da einen Raid zu machen und würde sagen, das war's jetzt von meiner Seite aus. Warte mal, demnächst ist hier wieder Ferculi Showcase. Das heißt, ich muss das mal hier fangen. Das war's von meiner Seite aus. Wie sieht's bei euch aus? Was habt ihr so für Medaillen, wo ihr sagt, die sind richtig cool? Wo sagt ihr, das sind die schlimmsten Medaillen im ganzen Spiel? Wer sowas eingeführt hat, der hat doch eine Vollmeise. Es gibt bestimmt sogar Medaillen, die mir gerade hier noch gar nicht angezeigt wurden. Weil ich die halt noch nicht gekriegt habe, da ich das noch nicht genutzt habe. Zum Beispiel Wayfarer. Wayfarer gibt's auch Übereinstimmungen oder irgendwas anderes oder bla bla bla. Ich habe keine einzigste Wayfarer-Medaille hier drauf. Ich habe auf dem Habanero noch nicht mal den Wayfarer-Test gemacht. Gar nichts. Da war der Haupt, der hat sein Zeug gemacht, der Habanero nicht. Das ist auch was, was fehlt. Was habt ihr denn für Tipps? Wenn ihr schnell fürs Level-Up Medaillen braucht, welche würdet ihr jetzt an meiner Stelle machen? Gezielt? Welche würdet ihr jetzt angehen? Und welche, sagt ihr selber auch, sind nutzlos? Brauche ich nicht drauf achten, werde ich in diesem Leben eh nie erreichen. Vor allem nicht mit einem Free-to-Play-Account. Meiner Meinung nach eben diese Raid-Medaillen, das wird nix. Ansonsten, ja, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Es war auch mal ein kleiner Einblick in meine Medaillen. Mein Fortschritt von dem Account auch wieder gerade so aussieht. Was der da so hat von den Statistiken, von den Sachen her. Und ihr könnt ja mal vergleichen, irgendeine Meinung reinschreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und ciao. Ciao. Ciao.